Das Feld liegt brach. Das auch. Na gut, wir sehen ja jetzt wieder Weizen aus. Also, wir brauchen Dünger. Das ist aber nicht so viel. Säckchen. Das da. Weizen im Frühling oder Herbst. Was brauchen wir? 9, 18. Augenkorn. Brauchen wir 100. Wann konnten wir Leinen? Frühling. Dünger. Wollen wir nochmal hoch verbrechen. So. Dünger brauchen wir... Ich mach's mal so. 18 und... 100. 100. So. Eine Hacke. Nimm mal noch die Sicheln mit. Was reicht denn? So, eine Sichel. Eine Hacke. Ein Beutelchen. So. Die ist schon kaputt. Billig Zeug, ey. Boah, schau dir das an. Wie schnell die kaputt geht. So. Ah nee, wir müssen erst düngen. Tun erst mal harten hier. Ach so. Äh. Na gut. Dann doch erst düngen. Dann schmeißt du nur das Zeug hin. So. 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 Dann... Dann... Machen wir hier noch. Die kleinen süßen Weizenfäller. So, haben wir alles. Ja, 100 haben wir noch übrig. Das heißt, zack. Ja, ich brauche eine neue Hacke. So, können wir uns hier eine machen. Werkzeuge. Kupferhacke, ein Holzstamm, zwei Barren. Bronzen. Habe ich noch nicht genug. Kupfer spähe. Okay, zwei Barren, ein Holzstamm. Äh, du, 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 das einmal. So, und das einmal. So, das war's nicht. So. Kupferhacke. Kupferhacke. So. So. Weizen. So. 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 Dann müssen wir das große Feld noch machen. So. Wir müssen auf jeden Fall ernten. So. 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 Und schon mal dreschen. So. Hi, my. You have a love. Hafer. Noch einfach das Beste. Hallo? Tut mir leid, ich bin verheiratet. Was? Ach, die ist die, die schwanger ist. Wieso arbeitest du nicht? Rech. Er lässt sich jetzt die nächsten zwei Jahre durchfüttern. Wobei sie bald ein Kind kriegt. Mhm. Muss ich auch um das Kind kümmern. Mhm. Was ist das? Ja ja Oh So Wir brauchen echt irgendwann eine Sense So Welt fertig Was machen die? Ähm Ihr sammeln? Auf Wieder Und was hat die? Ein Ei! Kaum hier hat die schon ein Ei gelegt Cool Wo ist eigentlich der Typ? Wer da arbeitet? Watch Slav Wieso arbeitet der nicht? Alter Oh die sind erst ein halbes Jahr alt Oh Oh Nooo So So Dann verdresche ich mal den Hafen Ich glaube da braucht man immer 10 Ich glaube da braucht man immer 10 ne? Äh Hier habe ich 2 200 Hafer haben wir geholt Oh Ne 7 Hafer Ok Ok Weizen können wir auch dreschen Aber Aber So Ich glaube wir hätten gar nicht ein 100 mal 100 Äh 100 mal 100 Ein 10 mal 10 feld machen müssen Aber Ich habe immer Angst, dass ich zu viel Zu wenig Tierfutter habe Aber geil Geil So So Jetzt machen wir doch den hier Hm Alles Nice So Neues Landwirtschaftslevel Landwirtschaft Das ist auch nicht schlecht Aha Chance Getreide und Füllen zu ernten Ok Ist eigentlich gut Das müssten wir eigentlich auch machen Aber wir haben noch kein Reittier Also dafür einen Punkt Äh Schneller galoppieren Das auf jeden Fall einmal So Dann Weizen An An die Weizenkorn Machen wir auf jeden Fall Mehl draus 20 halten wir zurück für Moment So Daraus machen wir Mehl Hopfen 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 Äh Haferkor Roggenkorn Roggenkorn 184 100 brauchen wir zum Auszählen So So Also nochmal hier auch 100 rein So 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 Weizen Ähm Hast schon Was schon Geht daraus Ok Tierfutter Wie viel können wir machen? 51 Ok 5 Stroh 1 Roggenkorn 1 Haferkorn Dann geht uns wahrscheinlich zuerst das Stroh aus Ja 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 Wir sagen Füllen wir erstmal den Trog und dann Stroh haben wir eigentlich genug Das passt schon Entschuldigung und dann Morgen müssen wir das Feld neu bestellen Morgen müssen wir das Feld neu bestellen Ja Ich hab Durst. So, ein paar Sekunden noch, dann haben wir's geschafft. Sichel können wir eigentlich auch ablegen. So, dann haben wir erstmal genug Tierfutter. So, Kupferhacke brauchen wir noch, Sichel brauchen wir nicht und, ja, da müssen wir im Laufe der Zeit noch ein bisschen Tierfutter machen und Mehl machen, das Feld bestellen, boah, wie viel wir dann kriegen da aus. So, füllen. 100. Okay, cool. Da machen wir das restliche Tierfutter hier rein. So, und dann kann sich der, dessen Name ich vergessen hab, schon wieder, kann sich dann drum kümmern. Wir haben Durst. So. Ist das normal, dass man Stroh unter die Körner mischt? Gut. So. Und immer mehr Hofarbeit. So. 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 Das müssen kommen wir auch. So. Dann. Dünger. Ja, brauche ich. Brauche ich, brauche ich. Leder weg. Stock weg. So. So. Ne. Küche war hier. Äh. Gut. Kuchen, Pasteten und Tata. Konnte man nicht Grillrost, Kessel? Ne. Ne. Da ging nur Suppen. Ach hier. Rührei. Holzschale. Drei Eier. Ähm. Was bringt mir ein Ei? Ein Ei bringt mir eins. Eins. Okay. Hm. Ah, die Holzschale muss ich auch erstmal herstellen. Hm. Nö. Da kann man nichts. Da kann man nur Grillen. Schade. Wieso kann man nicht gekochte Eier? Ich hätte gern gekochte Eier. Drei Suppen. Drei. Das war ruhig. mit Apfelroggen und Holzschale, Hafen, Apfelbrei, Beerenbrei, anderes, das war Fleisch mit Soße, Rührei, Rührei mit Pilzen, Speisemorche, Quark. Wieso sieht der Quark aus wie Käse? Saure Milch, einmal mit Milch. Okay. Na gut. Ich packe unser erstes wertvolles Ei mal hier rein. Unser erstes Ei. So, noch mehr Pilze. Nö. Cool. Wie schwer ist eigentlich Dünger? Gewicht 50. Okay, dann, wo ist mein Haus? Äh, äh, hat Orientierung verloren. So, dann ab ins Bett. Morgen wird wieder ein harter Tag.